Hi Leute, ich bin Sarah, eure Vicky und wir zocken heute wieder zusammen Don't call at 3am Also rufe nicht um 3 Uhr nachts an, denn ich habe gesehen, es gibt wieder Neues zum Anrufen Und das muss ich unbedingt machen Lasst unbedingt Daumen nach oben, denn wenn ich mehr Spooky Games mit euch zocken soll Bei 5000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid und schreibt mal gerne in die Kommentare Wen würdet ihr niemals um 3 Uhr nachts anrufen wollen? Let's go! Okay, sieht schon mal spooky aus, wer ist das überhaupt? King Kong? Wer ist das? Okay, wir haben Empire Dann haben wir ein großer Fuß Wahrscheinlich mal die Bigfoot Das ist eher wahrscheinlich, die wir gesehen haben Oh mein Gott Ich kann mich selbst anrufen Oh mein Gott, das ist gruselig Leute, ich habe wirklich mal gehört, man soll niemals seine eigene Nummer anrufen Um 3 Uhr nachts Das habe ich noch nie ausprobiert in real life Aber hier können wir das ausprobieren Wir können schreiben und anrufen Wir haben Catnap Wir haben Baby in Yellow Grinch, das hatten wir ja glaube ich schon Hä? Wieso sollten wir ihn nicht anrufen? Was ist das? Ein Einhorn? Keine Ahnung Und hier haben wir noch so einige andere Ist irgendwas Neues dazu gekommen? Dora haben wir hier noch Ben Shrek Oh mein Gott, hatten wir Shrek schon? Aber kann man gar nicht mehr anrufen, ne? Oh, leider nicht Wir brauchen dazu einen Code Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Baby in Yellow an Und, äh, ja Mich selbst anzurufen, da habe ich am meisten Angst Okay, rufen wir ihn erstmal an Es klingelt Oh mein Gott, er guckt schon so böse Kein Rufe, guck nicht so böse Guck mir nicht in die Seele Oh, er ist rangegangen Was, das ist wirklich sein Zimmer? Leute, guckt euch das an Oh, 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 oh Warum hat er rote Augen? Ich wollte gerade sagen, er hat voll die süßen Hausschuhe Aber, Baby, alles in Ordnung Du, was, die Angst Guckt mich nicht so an, Kai Uwe, man Ich habe nichts getan Oh, oh, er läuft Zeit, wann kann er laufen? Du bist doch noch ein Baby Ah, ich gucke so aus hier Nein, es gibt kein Happa-Happa. Nein, es gibt kein Essen für dich. Jetzt ist er sad. Warum ist das so gruselig geworden? Kurz zuerst im Fakt. Äh, Kai Uwe, was guckst du da an? Was ist da? Oh, Alter, geht's doch aus. Das war so laut. Okay, irgendwie macht mir das Angst. Aber wir schreiben ihn mal an. Mal gucken. Hi, Kai Uwe. Ey, er schreibt direkt. Ja. Äh, was machst du gerade? Er schreibt. Ich werde dir meine Träume zeigen. Gruselig. Aber bei dem Profilbild, ich glaube, da hätte jeder Angst. Also du musst es mal ändern, Kai Uwe. Das geht so nicht. Was ist das für ein Profilbild? Nein, will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Obwohl, ich habe ihn ja angeschrieben. Was kommt jetzt? Lass mich nicht alleine. Bleib hier. Bleib für immer. Nein, danke. Ich bin nur dein Babysitter. Nicht deine Mama. Er hat mir ein Bild geschickt. Ah, mein Baby. Okay, rufen wir mal mich selbst an. Mal gucken, was da passiert. Ich habe ja ein bisschen Angst. Aber okay. Let's go. Ich habe Angst. Was passiert wohl? Gehe ich ran? Äh, das ist nicht mein Toe. Oh mein Gott. Christ, nein. Was habe ich gesagt? Das will ich nicht, Leute. Das will ich nicht. Ja, seht ihr? Das will ich nicht. Den Abwaschung dreimal nachts will ich nicht machen. Ja, das ist gruselig. Bro, was mache ich da? Ich weiß nicht, ob ich die Musik abspielen kann, aber das passt so gar nicht zu mir. Aber was habe ich mit dem Kühlschrank? Ah! Was ist das? Geh weg von mir! Ich verstecke mich von mir selber. Aber um 3 Uhr nach dem Kühlschrank ist schon realistisch, ne? Ja, das bin ich. Ich habe nichts gesehen. Ich haue ab. Ah! Oh mein Gott! Was war das denn so? Schrei mir mal mich selbst an. Hallo, Becky. Alter, was soll das denn Japs gehen? Äh, ich habe mir selber ein Bild geschickt. Warum von einem traurigen Jungen? Wer ist das? Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Wer ist das? Wer hat mir das angetan? Was? Nein? Was wurde dir angetan? Ups, ich habe mich verschrieben. Egal. Was? Ja, du hast damit angefangen. Schreibe ich jetzt mit mir selber? Alter, wie los ist das denn? Was ist passiert? Ey, ich wollte doch schreiben. Nix, ja. Was ist los? Bist du ich? Ich denke schon. Schreibe ich jetzt mit mir selber, Leute? Schreibe ich mit meinem Avatar? Ich sage jetzt einfach mal ja. Nein! Ja, ich wollte nicht. Ich müsste so reagieren. Was? Ey, das ist eine Beleidigung. Diss ich mich jetzt selber? Was ist das? Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Demon! Oh, das ist so gar nicht dran. Iiiiih! Wer ist das? Ich fühle mich nicht wie ich selbst. Warum ist der jetzt schon so gruselig? Warum? Schon wieder ein Bild. Das ist schon wieder... Hä? Wer ist der Junge? Mal gucken, was jetzt kommt. Ich bin das echte Du. Ich bin Becky. Du wohnst ja nicht. Nein, bist du nicht. Schick mal Selfie. Meint ihr, dass du macht die Person hier? Warum? Ja, weil du meinst, dass du ich bist. Alter, das ist voll verwirrend. Es kommt ein Bild. Game Master! Nein! So weit ich glaube nicht. Nein! Leute! Das ist Game Master! Ich sag schick Selfie und es kommt ein Bild von Römer. Also ich glaube ja sonst immer, dass es irgendwie ja schon vorprogrammiert. Aber das ist gerade voll und gruselig. Spielt das mal bitte selber und sagt mir, ob das bei euch auch rauskommt. Game Master? Ich habe endlich einen Platz zum Leben gefunden. Wo? Ich habe jetzt Angst. Wessen Haus ist das? Welches? Ich schicke die Person mir jetzt ein Bild von meinem Haus. Wo ist das Haus? Die Nummer hat sich wieder wiederholt. Okay, ich würde sagen, wir rufen mal eben hier, ähm, den hier an, Bigfoot. Aber die eigene Nummer, voll gruselig. Ich weiß nicht, was bei euch rauskommt. Leute, aber probiert es gerne mal aus. Alter, wieder einfach stumpf steht, großer Fuß. Ich will mit dem großen Fuß telefonieren. Wo ist er? Der ist nix. Oh! Das ist gereicht! Was macht ihr überhaupt? Spottet sich davon, ich dachte echt... Oh, sad. Der arme, große Fuß. Äh, Bruder, bist du im Baum? Oh, wow. Ach so, er klettert. Ich dachte, er fliegt. Ah! Alter! Was soll das denn? Okay, wenn wir schon dabei sind, wir rufen auch noch den Hamster an. Er ist einfach zu süß. Er kann nicht gruselig sein. Definitiv nicht. Warte, ich höre Feuer. War der ein Kamin? Ach so, ein Lagerfeuer. Aber nachts auf dem Spielplatz. Oh, bist du süß. Ich will dich abortieren. Du bist so cute. Du hast zwar Vampirzähne, sehe ich gerade. Aber egal, du bist so cute. Oh, guti, 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 guti. Ich will dich streicheln. Oh, guckt mal, wie süß. Oh! Jetzt läuft hier noch so eine Disney-Musik. Also, vor einem kleinen Hamster hätte ich gar keine Angst. Auf gar keinen Fall. Oh, guck mal, er sitzt da alleine. Oh, wie er mich beobachtet. Einfach niedlich. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ist da er? Oh, da ist er schon wieder, der kleine, dicker Hamster. Ich weiß nicht, wer da Angst hat, aber er kann auch ruhig ein Vampir sein. Ist egal, ich finde ihn süß. Guck mal. Oh, den kann man einfach nicht gruselig finden. Warum sind hier Affengeräusche zu hören und irgendwie, keine Ahnung, das passt überhaupt nicht dazu. Wo kämpfen wir? Bei Bigfoot? Der... Oh, mein Gott, Bruder, das schaffee dich doch mal. Lauf so, so gruselig zu sein, du bist doch süß. Ja, auf jeden Fall fand ich am gruseligsten, mich selbst anzurufen. Ich weiß nicht, was ihr am gruseligsten fandet, aber schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Baby Yellow war auch creepy. Und bis dahin, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye!